Heute solltet ihr aufpassen, heute wird es wirklich sehr kompliziert, aber auch sehr klausurrelevant, nämlich besprechen wir den Nachahmungsschutz nach § 4 Nr. 3 UWG. Zunächst einmal wieder in der Übersicht sind wir jetzt hier bei dem zweiten Punkt, nämlich der Schutz immaterieller Werte soll über den § 4 Nr. 3 UWG zusätzlich geschützt werden, zusätzlich zum geistigen Eigentum. Bevor wir damit anfangen, wieder einmal ganz kurz zur Aktivlegitimation, nämlich bei dem § 4 UWG geht es um den Schutz von Mitbewerbern, das sehen wir hier in § 4 durchgehend, Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 und auch Nr. 4 und deswegen ist bei § 8 Absatz 3 UWG, da sind nur die Mitbewerber aktiv legitimiert, also nur die können einen Anspruch gelten machen, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, die sind nicht aktiv legitimiert, diese Nummern werden teleologisch reduziert. Okay, damit möchte ich zunächst einmal ganz kurz ein Beispiel hier nennen, damit ihr mal sowas vor Augen habt. Hier links ist das Original-Laufrad von, keine Ahnung, dem Originalhersteller und hier war dann die Bike Key, so hieß das Fahrrad, die Nachahmung von Lidl. Und dann stellt sich die Frage, ja, fällt das hier unter den 4 Nr. 3 UWG? Gut, hier seht ihr jetzt das Schema und wir haben, ja, 5 Prüfungsschritte, also wenigstens 4 Prüfungsschritte, den Prüfmaßstab habe ich in Klammern gemacht, allerdings empfiehlt es sich immer in Klausuren, wenn es kompliziert wird, einen Prüfmaßstab hier zu bilden und dann anhand dieses Prüfmaßstabes zu argumentieren. Damit kommen wir zum Prüfmaßstab und der Prüfmaßstab bei § 4 Nr. 3 UWG ist der folgende. Wir haben die Wechselwirkungslehre. Das bedeutet, dass die Schwächen eines Kriteriums, die können durch Stärken eines anderen Kriteriums ausgeglichen werden. Das ist wie im Markenrecht. Im Markenrecht bei der Verwechslungsgefahr gibt es auch die Wechselwirkungslehre. Da können wir auch Schwächen einer Voraussetzung durch Stärken einer anderen Voraussetzung kompensieren. Also hier, wir haben diese drei wirklich Kernvoraussetzungen beim § 4 Nr. 3, nämlich einmal den Grad der Nachahmung, dann die wettbewerbliche Eigenart und dann noch die Unlauterkeitskriterien. Das sehen wir hier ja. Einmal der Unlauterkeitstatbestand, die wettbewerbliche Eigenart und dann hier noch das Angebot nachgeahmter Waren oder Dienstleistung. Und je ähnlicher, zum Beispiel je ähnlicher die Nachahmung ist, desto geringer sind die Anforderungen an die Unlauterkeitskriterien und umgekehrt. Das ist wichtig. Also diese Wechselwirkungslehre solltet ihr immer erwähnen. Also wirklich zu 100% wirklich immer die Wechselwirkungslehre erwähnen. Zweiter Punkt, den ihr erwähnen könnt hier beim Prüfmaßstab, ist der Grundsatz der Nachahmungsfreiheit. Also man kann grundsätzlich nachahmen. Es müssen zusätzliche Unlauterkeitskriterien hinzukommen, damit eine Nachahmung unlauter ist. Aber grundsätzlich ist es möglich. Deswegen könnt ihr diesen Grundsatz der Nachahmungsfreiheit, den könnt ihr auch hier erwähnen beim Punkt E, beim Unlauterkeitstatbestand. Bevor ihr das prüft, könnt ihr diesen Grundsatz der Nachahmungsfreiheit erwähnen. Grundsätzlich darf man nachahmen, allerdings wenn zusätzliche Kriterien erfüllt sind, dann nicht. Und diese prüft ihr dann bei diesem Punkt E. Okay, wir sind jetzt bei unserem Schema beim ersten Prüfungspunkt. Oder beim zweiten, wenn ihr den Prüfmaßstab ausdrücklich erwähnen wollt. So, das Angebot nachgeahmter Waren oder Dienstleistungen. Und hier muss tatsächlich eine Ware oder eine Dienstleistung angeboten werden. Es reicht nicht die ledigliche Herstellung aus. Also das muss wirklich angeboten werden. Und hier solltet ihr auch Stellung dazu beziehen, wie der Grad der Nachahmung ist. Das hatten wir ja gerade gesehen mit der Wechselwirkungslehre. Also hier seht ihr das Original und hier die Nachahmung. Dann solltet ihr in der Klausur feststellen, oh ja, die haben beide, ja okay, die haben beide dieses Holzstück, was so rausragt vorne. Wahrscheinlich sind die Dimensionen ziemlich ähnlich. Also ich würde hier zu einer nahezu identischen Nachahmung tendieren, weil, ja, das ist schon hier sehr, sehr, sehr ähnlich. Allerdings gibt es ein paar Unterschiede. Ihr seht hier diese, die Reifen sind hier, ja wie nennt man das? Also hier beim Original sind die ganz glatt und hier vorne haben die noch so einen Grip dabei. Also bei der Nachahmung haben die noch einen Grip und, ja, ich weiß nicht, hier sieht man da schlecht, ob der Sattel ähnlich ist. Aber jedenfalls nahezu identische Nachahmung oder sogar eine unmittelbare Leistungsübernahme ist hier in diesem Beispielsfall anzunehmen. Und das bedeutet dann natürlich für die wettbewerbliche Eigenart, die wir jetzt uns anschauen, oder für die späteren Unlauterkeitskriterien, die wir uns gleich anschauen werden, bedeutet das, da können die Anforderungen, oder da kann eine Kompensation erfolgen. Okay, damit kommen wir zu der wettbewerblichen Eigenart. Und wenn ihr euch den 4 Nummer 3 mal durchlest, okay, ich habe ihn hier nicht mehr abgebildet, hier habe ich ihn abgebildet, Paragraph 4 Nummer 3 UWG und ihr lest den euch mal komplett durch, dann seht ihr hier nichts davon, dass man irgendeine wettbewerbliche Eigenart benötigt. Das ist auch so richtig, weil die wettbewerbliche Eigenart ist eine ungeschriebene Voraussetzung und das ist eine wirklich wichtige ungeschriebene Voraussetzung, die müsst ihr kennen, also die müsst ihr prüfen in der Klausur und die müsst ihr definieren können. Wettbewerbliche Eigenart liegt nämlich dann vor, wenn Merkmale auf die betriebliche Herkunft oder auf Besonderheiten des Produktes hinweisen. Der Gedanke hinter dieser Voraussetzung, hinter dieser ungeschriebenen Voraussetzung ist, dass solche Alltagsgegenstände, die sollen nicht geschützt werden. Also hier mal ein Beispiel, dieses Glas, das hat keine wettbewerbliche Eigenart, weil das ist einfach nur ein Glas, das ist ein Standardglas, da passiert nichts, also das ist einfach nur ein Glas. Ich meine, das ist ziemlich offensichtlich, hier gibt es keine Merkmale, die auf eine Besonderheit des Produktes hinweisen. Allerdings, zum Beispiel bei diesem Laufrad, ja da haben wir vielleicht nicht so viele besondere Sachen, aber wir haben schon mal dieses herausstehende Holzstück, wir haben diesen, auch ich würde sagen, sportliches Design mit diesem, ja, windschnittigen Sattel. Und ja, also da gibt es schon mehrere Merkmale und hier ist es ganz wichtig, diesen Hinweiskasten zu beachten, nämlich die Kombination von Merkmalen können auch die wettbewerbliche Eigenart begründen. Also das heißt, vielleicht dieses herausstehende Holzstück, das ist jetzt vielleicht noch nicht ein Merkmal, was auf die betriebliche Herkunft oder auf eine Besonderheit des Produktes hinweist. Aber dieses Stück plus die Räder mit diesem Teil, was auch immer das hier ist, mit diesem sportlichen Design, mit dieser, wie heißt das, diese, ja, Stange, die so nach unten geht und dann auch noch schmaler wird. Also hier, diese Merkmale weisen als Kombination auf Besonderheiten des Produktes hin und können somit die wettbewerbliche Eigenart begründen. So ähnlich schreibt ihr das in der Klausur dann hin. Natürlich kann es auch sein, dass die Merkmale auf die betriebliche Herkunft hinweisen, also dieses Fahrrad kommt von dem Unternehmen X, da muss es aber meistens noch zusätzliche Angaben im Sachverhalt geben. Wir hatten zum Beispiel mal einen Fall im Tutorium, da war, ja genau, da ging es um Harry Potter und da haben diese Merkmale von Harry Potter, die haben auf die betriebliche Herkunft hingewiesen, nämlich auf J.K. Rowling. Und genau, also mit der Narbe, die er hatte und den rundlichen Gläsern, also da gab es auch eine Kombination von Merkmalen. Gut, und zuletzt auch noch dieser Seilzirkus, da wurde auch die wettbewerbliche Eigenart angenommen. Okay. So, das war es jetzt eigentlich auch zur wettbewerblichen Eigenart, allerdings gibt es noch einen wichtigen Punkt, nämlich die technischen Gestaltungen. Und hier müsst ihr nochmal aufpassen. Mit technischer Gestaltung ist genau wie im Patentrecht jetzt nicht irgendwie was Elektronisches gemeint, sondern es geht um eine Wirkung, die durch Naturkräfte halt erzielt wird. Also auch bei diesem Seilzirkus, das ist auch eine technische Gestaltung. Und bei diesen technischen Gestaltungen müsst ihr beachten, dass die technische Wirkung, wenn man diese technische Wirkung, also jetzt hier bei diesen Dübeln, die sollten halt irgendwas festhalten, wenn diese technische Wirkung auch anders erzielt werden konnte, dann ist die wettbewerbliche Eigenart zu bejahen. Also hier, zum Beispiel bei diesem Fall, man kann natürlich diese Rillen machen, aber man hätte das auch anders erzielen können. Keine Ahnung wie, ich kenne mich damit jetzt nicht aus, aber der BGH hat hier gesagt, diese Rillenwirkung, die hätte man auch anders erzielen können, vielleicht mit einem Kleber oder sowas, keine Ahnung. Und weil man die auch anders hätte erzielen können, ist die wettbewerbliche Eigenart zu bejahen. Weil der Nachahmer hätte ja nicht diese Merkmale 1 zu 1 übernehmen müssen und deswegen gibt man dann in diesen Fällen, wo die technische Wirkung auch anders erzielt hätte werden können, bejahnt man dann auch die wettbewerbliche Eigenart. Okay, also bei diesen Exzenterzähnen, da liegt die wettbewerbliche Eigenart vor. Hier steht es auch nochmal im BGH-Leitsatz, ein ehemals patentrechtlich geschütztes Element eines Erzeugnisses kann diesem wettbewerbliche Eigenart verleihen, wenn die konkrete Gestaltung dieses Elements technisch nicht zwingend notwendig ist, sondern durch frei wählbare und austauschbare Gestaltung, die denselben technischen Zweck erfüllt, ersetzt werden kann, ohne dass damit Qualitätseinbußen verbunden sind. Okay, also hier hätte man das anders erzielen können, deswegen in diesem Fall wettbewerbliche Eigenart plus. Wenn aber diese technische Gestaltung zwingend erforderlich ist, dann ist die wettbewerbliche Eigenart zu verneinen. Das ist wichtig. Beim Flugzeug oder auch beim Helikopter, dieser rotierende, halt diese, ja ihr wisst, was ich meine, diese, damit der halt abhebt, dieser Propeller, Propeller ist das Wort, genau, dieser Propeller ist natürlich technisch zwingend erforderlich, um, dass der Helikopter in die Luft fliegt. Das geht nicht anders. Der Helikopter braucht den Propeller, um in die Luft zu gehen, deswegen ist das technisch zwingend erforderlich und deswegen ist, und deswegen kann dieser Propeller keine wettbewerbliche Eigenart begründen. Und das ist ja auch gut so. Also diese Rechtsprechung ergibt ja auch sehr viel Sinn, weil, stellt euch mal vor, der Propeller würde unter, würde die wettbewerbliche Eigenart bejahen. Wenn das so wäre, ja dann gäbe es eigentlich nur noch ein Flugzeug, äh, ein Helikopterherstellerunternehmen, weil die anderen würden ja alle eine Nachahmung machen. Aber das, weil diese Propeller technisch zwingend erforderlich sind, deswegen können die dann keine wettbewerbliche Eigenart begründen, so die ständige Rechtsprechung. Gut. Ja, genau, den Grundsatz der Nachahmungsfreiheit, den solltet ihr dann hier ungefähr in eurem Gutachten erwähnen. Nämlich solltet ihr sagen, grundsätzlich steht es den Unternehmen frei, nachzuahmen. Allerdings, wenn ein Unlauterkeitstatbestand erfüllt ist, nämlich ein Tatbestand der Nummer, oder der Buchstaben A bis C, dann kann diese Nachahmung unlauter sein. Irgendwie sowas schreibt ihr das, äh, schreibt ihr dann in der Klausur, und das prüft ihr dann jetzt. Nämlich der erste Unlauterkeitstatbestand. § 4 Nr. 3a UWG Darin steht, Unlauter handelt, wer Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er a. eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt. Okay, also, unsere vorherigen Prüfungsschritte in der Klausur, Prüfmaßstab, dann Anbieten von einer nachgeahmten Ware oder Dienstleistung, dann brauchen wir, dann muss der Mitbewerber der Originalhersteller sein, dann brauchen wir die wettbewerbliche Eigenart, und dann kommen wir zu diesem Punkt, nämlich zu dem Unlauterkeitstatbestand Buchstabe a. Und hier brauchen wir jetzt eine Täuschung, eine Herkunftstäuschung, und diese muss vermeidbar sein. Das sind die beiden Voraussetzungen, die ihr hier prüfen müsst. Zunächst einmal die Herkunftstäuschung. Die Herkunftstäuschung, da solltet ihr in einem ersten Schritt immer den Verkehrskreis bestimmen. § 3 Absatz 4 UWG, der sagt ja, man muss bei der Bestimmung der Unlauterkeit, muss man auf die durchschnittliche Person des angesprochenen Verkehrskreises schauen. Irgendwie so steht das in § 3 Absatz 4 UWG drin. So, dann, nachdem ihr das, hier noch ein Beispiel, zum Beispiel ging es in einer BGH-Entscheidung um Hüftgelenke. Und Hüftgelenke kaufen natürlich nur medizinisches Fachpersonal, und deswegen war hier das medizinische Fachpersonal der angesprochene Verkehrskreis, aus dessen Sicht die Herkunftstäuschung beurteilt werden musste. Gut, dann zweiter Punkt ist, jetzt muss aus Sicht dieses Verkehrskreises eine Zuordnungsverwirrung bestehen oder entstehen. Hier gibt es erstmal eine unmittelbare Herkunftstäuschung. Also, das ist beispielsweise der Fall bei diesem Laufrad. Da gehen die Käufer davon aus, aha, ich kaufe jetzt hier das Like-a-Bike-Laufrad und, ja, kaufen das bei Lidl. Dabei handelt es sich in Wirklichkeit um das Baiki-Laufrad, was gar nicht das Original ist. Also, die werden direkt beim Kauf, täuschen die sich über die Herkunft. Das ist die unmittelbare Herkunftstäuschung. Und die mittelbare Herkunftstäuschung liegt dann vor, wenn die angesprochenen Verkehrskreise eine wirtschaftliche Beziehung zwischen den beiden Parteien annehmen. Beispielsweise gibt es einen Fall, das ist die Kerrygold-Butter. Also, ihr kennt die Kerrygold-Butter, die ist so, ja, so eine goldene Farbe mit so einer Wiese und sowas, ist immer vorne, immer drauf, irgendwie so. Und jetzt gab es auch noch die Derrygold-Butter. Und hier würde man wohl keine unmittelbare Herkunftstäuschung annehmen, aber vielleicht eine mittelbare Herkunftstäuschung, weil die angesprochenen Verkehrskreise, also hier in diesem Fall bei Butter, jeder kauft Butter, also das wäre dann der Durchschnittsverbraucher, der könnte möglicherweise annehmen, dass es sich bei Derrygold, bei der Derrygold-Butter, um eine, ja, vielleicht günstigere Marke, von der Kerrygold-GmbH handelt, beispielsweise, und nimmt dann eine wirtschaftliche Beziehung zwischen Derrygold und Kerrygold an. Vielleicht, also das muss man natürlich dann im Einzelfall beurteilen. Hier ein paar Beispiele. Es wird angenommen, dass es sich um eine Zweitmarke beziehungsweise eine neue Serie des Originalherstellers handelt, oder das nachgeahmte Produkt von einem Lizenznehmer hergestellt wird. Das sind Fälle für die mittelbare Herkunftstäuschung. Oh, ganz wichtig noch, ganz, ganz wichtig ist, dass ihr bei dieser Zuordnungsverwirrung auf den Zeitpunkt des Kaufes abstellt. Das könnt ihr in der Klausur immer noch in einem Satz erwähnen, dass diese Post-Sale-Confusion, die wird hier nicht erfasst, vom 4 Nummer 3a, sondern man muss auf den maßgeblichen, man muss auf den Kaufzeitpunkt abstellen. Der maßgebliche Zeitpunkt ist der beim Kauf. Beispiel hier in der Rechtsprechung war eine Gitarre. Und diese Gitarre, ja beim Kauf wurde die nicht verwechselt, aber vielleicht die Zuhörer, die dem Musiker zuhören, die könnten vielleicht diese Gitarren verwechseln. Die könnten vielleicht denken, dass diese Gitarre von dem Originalhersteller ist. Dabei war es nur die nachgeahmte Gitarre. Aber das ist egal. Das ist egal. Es kommt auf den Kaufzeitpunkt an und der Gitarrist, der die Gitarre gekauft hat, der war jetzt in diesem konkreten Fall, wo der da bestand keine Zuordnungsverwirrung. Also der wurde beim Kauf nicht über die Herkunft getäuscht. Und deswegen dann, wenn die Zuhörer sich später irgendwie da was verwechseln, dann ist das egal. Auch zum Beispiel bei dem Seilzirkus, den wir hier vorne gesehen haben, das war dieses Klettergerüst. Hier rechts. Okay, schaut euch das mal an. Wer kauft solche Klettergerüste? Also für mich sieht das schon so aus, als ist das hier ein Schulhof. Also Schulen kaufen das und Städte für solche, ja, für Parks und Spielplätze. Die kaufen solche Klettergerüste. Und die schauen sich natürlich beim Kauf des Klettergerüstes genau an, wer der Hersteller ist. Das muss ja auch solche behördlichen Vorgaben, Vorgaben, Sicherheitsvorkehrungen und sowas erfüllen. Also die werden beim Kauf nicht von der Herkunft getäuscht, aber möglicherweise dann die Eltern oder die Kinder, die dann dieses Sehen denken, das ist der Originalhersteller, dabei ist es nur der, nur der Nach, dabei ist es nur die nachgeahmte Ware. Das ist egal. Diese Post-Sale-Confusion ist egal. Okay, ich denke, das ist klar geworden. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, der wird häufig nochmal in den Lösungsskizzen in ein, zwei Sätzen erwähnt. Gut, zweiter Prüfungspunkt. Ich hatte ja gesagt, hier gibt es zwei Prüfungspunkte beim 4, Nummer 3a. Einmal die Herkunftstäuschung und dann muss diese vermeidbar sein. Und bei der Vermeidbarkeit, die ist ziemlich einfach, nämlich man kann insbesondere durch Kennzeichnung kann man natürlich eine Herkunftstäuschung vermeiden. Beispiel hier, dieses Viennetta-Eis, was es im Supermarkt zu kaufen gibt und hier die Nachahmung. Ihr seht hier, dieses Eis ist so, ja, in dieser speziellen Form gemacht und dieses Eis hat genau diese Form nachgeahmt. Aber, ja, hier liegt vielleicht eine Herkunftstäuschung vor. Vielleicht. Aber letztendlich wurde diese Herkunftstäuschung doch wieder vermieden. Also es liegt im Endergebnis doch keine Täuschung über die betriebliche Herkunft vor, weil hier steht mega fett drauf, Kaffee au lait. Hier steht das so fett drauf, das ist ganz klar gekennzeichnet worden. Und deswegen, ja, liegt hier, ist hier der 4 Nummer 3 A zu verneinen gewesen. Anders, oder hier nochmal der Grundsatz im UWG ist aber, dass wir im UWG, also im Lauterkeitsrecht, wirklich alle Umstände betrachten. Das ist im Markenrecht ein bisschen anders, beispielsweise. Beim UWG müssen wir aber alle Umstände betrachten. Und hier zum Beispiel bei diesem Laufrad, ja, das ist gekennzeichnet. Die Nachahmung von Lidl hat hier Bikey stehen und das Original hat hier Like a Bike stehen. Also das Original hat hier eine Kennzeichnung und Lidl hat hier auch eine Kennzeichnung. Aber diese Kennzeichnung ist ja so klein und vielleicht war das im Supermarkt auch noch verpackt worden, sodass man das gar nicht so wirklich gesehen hat. Und also, ihr müsst hier wirklich alle Umstände beachten. Und ihr müsst ja auch bedenken, das ist ja auch nur, äh, ich, ich kenne mich jetzt nicht mit Laufrädern aus, ich habe noch nie eins gekauft. Und ich kann jetzt, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, so ein Laufrad kostet, ist aus Holz, 50 Euro? Ja, come on, sagen wir mal, das kostet 50 Euro. 50 Euro ist jetzt nicht so viel Geld. Also, das kaufen ja Eltern hier, dieses Laufrad und Eltern, die sind ja auch wirtschaftlich grundsätzlich etwas besser aufgestellt als beispielsweise ein Schüler oder ein Jugendlicher. Deswegen, 50 Euro für die sind jetzt nicht so viel Geld. Die kaufen das mal schnell, um ihren Kindern eine Freude zu machen. So. Allerdings, zum Beispiel hier bei diesem Fall, da ging es um eine 5000-Euro-Gitarre. Und wenn ihr euch eine 5000-Euro-Gitarre kauft, dann schaut ihr darauf, wer der Hersteller ist. Ihr schaut darauf, wer ja, wer das produziert hat, wer na, was alles diese Gitarre ausmacht. Darauf schaut ihr bei einer 5000-Gitarre natürlich deutlich mehr als bei einem 50 Euro Laufrad. Und deswegen ist dann bei dieser 5000-Euro-Gitarre eine Kennzeichnung, die vielleicht ja, klein ist oder schwer ersichtlich, die kann bei einer 5000-Euro-Gitarre genügen. Hier bei diesem Fahrrad hat sie aber nicht genügt. Bei diesem Fahrrad ist das hier zu klein gewesen. Deswegen lag hier laut dem BGH eine vermeidbare Herkunftstäuschung vor. Bei einer 5000-Euro-Gitarre mit dieser kleinen Kennzeichnung wäre das nicht der Fall gewesen. Gut, das war der 3a. Jetzt kommen wir zum 3b. Der 3b sagt, wenn die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausgenutzt oder beeinträchtigt wird, dann ist das auch unlauter. Hier muss natürlich erstmal ein guter Ruf bestehen, nämlich eine Wertschätzung muss hier gegeben sein, zum Beispiel hier die Rolex-Uhr. Ich brauche nicht ausführen, Rolex hat einen guten Ruf, hat so ein Luxus-Image und genau, dann muss dieses Luxus-Image jetzt ausgenutzt worden sein oder beeinträchtigt worden sein. Und hier haben wir eine Nachahmung von Shibo und hier wird natürlich das gute Image von Rolex wird auf das eigene nachgeahmte Produkt übertragen, deswegen liegt ein Image-Transfer vor und deswegen liegt dann hier in diesem Fall lag zwischen Shibo und Rolex oder lag bei der Nachahmung von Shibo lag eine Ausnutzung der Wertschätzung vor und ja, die Unlauterkeit war zu bejahen. Gut, das war die Ausnutzung. Hier könnte ich auch nochmal ganz kurz erwähnen, wenn der Originalhersteller und der Nachahmer beide einen guten Ruf genießen, ja, dann liegt kein Image-Transfer vor, weil beide haben einen guten Ruf und wenn beide einen guten Ruf haben, dann liegt kein Image-Transfer vor. Okay. Gut, dann kommen wir zu der Beeinträchtigung. Also der zweiten Variante hier. Und hier, ja, negativer Kontext oder Verwässerung nicht ausreichend ist es, wenn die Nachahmung einfach einen niedrigeren Preis hat. Also hier bei dem Chivo-Beispiel, das ich, keine Ahnung, 1985, aber ich nehme jetzt mal ganz stark an, dass die Chivo-Nachahmung vielleicht ein Zehntel von der Rolex-Uhr gekostet hat. Wahrscheinlich sogar noch weniger. Aber dieser niedrige Preis, niedrigere Preis der Nachahmung, der reicht alleine noch nicht aus, um die Beeinträchtigung anzunehmen. Darüber hinaus muss ein negativer Kontext oder eine Verwässerung vorliegen. Im Markenrecht ist es so gewesen, da gibt es auch so eine Fallgruppe der Verwässerung und da hat dann zum Beispiel jemand geworben mit, ja, das hier ist der Mercedes unter den Waschmaschinen und hier wird die Marke Mercedes vielleicht verwässert. Muss man prüfen. Genau. Negativer Kontext, da war auch ein Beispiel, mir fallen jetzt nur Beispiele Markenrechter ein, aber Markenrechter war dieses Logo von Lufthansa und das wurde dahingehend geändert, dass es Lust Hansa hieß und auch mit einem entsprechenden Bild dazu und das war dann auch eine Beeinträchtigung der Wertschätzung. Okay. Und dritter Punkt und das ist immer so, ja, habe ich in Klammern gemacht, in der Klausur müsst ihr das wahrscheinlich nicht ansprechen. Ja, es ist halt ein sehr flexibles System hier, dieser insbesondere dieser 4 Nummer 3 B. Ja, es kann rechtfertigende Gründe geben, ich meine zum Beispiel, wenn es gab mal so einen Fall mit Ersatzteilen und da sollte eine Nachahmung doch zulässig sein, weil der Ersatzteil Markt sollte nicht monopolisiert werden. Das war dann so ein rechtfertigender Grund. aber okay. Dann die 4 Nummer 3 C, die ist einfach, weil darin steht, die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen wurden unredlich erlangt. Das ist aber unwichtig, also diese Nummer 4, dieser Paragraph 4 Nummer 3 C ist deswegen unwichtig, weil wir das Geschäftsgeheimnis Gesetz haben und dieses Geschäftsgeheimnis Gesetz beruht auf Unionsrecht und deswegen verdrängt das Geschäftsgeheimnis Gesetz den 4 Nummer 3 C völlig, der hat eigentlich oder der hat keine Bedeutung mehr, deswegen ist das Geschäftsgeheimnis Gesetz in diesen Fällen zu prüfen und nicht der 4 Nummer 3 C. Okay, wir kommen auch jetzt gleich zum Ende, wir schauen uns noch mal ganz kurz das Verhältnis zum geistigen Eigentum an und das ist wirklich super kompliziert und super strittig, ja, also, der Ausgangspunkt ist aber der folgende, 4 Nummer 3 UWG ist neben dem geistigen Eigentum anwendbar, Punkt. Zunächst solltet ihr in der Klausur immer das geistige Eigentum prüfen und dann eher später auf den 4 Nummer 3 UWG zu sprechen kommen. Wenn das geistige Eigentum eingreift, dann ist es wie folgt, ihr dürft erstens niemals, das hatte ich auch schon in meinem vorherigen Video erwähnt, den 3A, also den Rechtsbruch Tatbestand irgendwie anwenden, weil das Patentgesetz oder das Markengesetz die Regeln, die Rechtsfolgen abschließend und dann brauchen wir nicht den 3A UWG. So, jetzt der 4 Nummer 3 UWG, den könnt ihr immer noch dann prüfen, wenn es zusätzliche Anhaltspunkte gibt. Also, beispielsweise haben wir Markenschutz bejaht, aber dann könnt ihr immer noch den 4 Nummer 3 UWG prüfen, wenn es zusätzliche Anhaltspunkte gibt. Okay, wenn das geistige Eigentum nicht eingreift, so, dann ist es wie folgt, es ist super kompliziert, ja, wenn aber wir beispielsweise ein Patent haben und das Patent und diese technische Gestaltung wurde geschützt bei dem Patent, dann soll natürlich jetzt nicht über den 4 Nummer 3 UWG diese technische Gestaltung weiter geschützt werden. Wir müssen die Wertung des Patentrechts müssen wir respektieren und das Patentrecht sagt, hey, das Patentrecht, das gilt nur für diesen Zeitraum und nach diesem Zeitraum ist die technische Gestaltung frei, sie gehört dann zum Stand der Technik und jeder darf das so machen. Punkt. Das ist die Wertung des Patentrechts und das dürfen wir eigentlich nicht durch den 4 Nummer 3 UWG unterlaufen. Anders der BGH hier in dieser Entscheidung, der hat es ja trotzdem so gemacht. Also ihr seht, dass es wirklich kompliziert in der Klausur wird im Sachverhalt eigentlich genug dazu stehen, dass ihr den 4 Nummer 3 UWG prüfen müsst, weil ihr seid in der Klausur, ihr seid nicht in der Praxis, und wenn es auf den 4 Nummer 3 UWG hinausgeht, dann solltet ihr den auch prüfen. Ich finde persönlich, diese Textpassage, die ihr euch mal selbst durchlesen könnt, von dem Professor Ohli, finde ich immer noch überzeugend, obwohl die vor vielen Jahren geschrieben wurde. Und der sagt nämlich verkürzt, man muss auf den Schutzzweck achten und man muss dann schauen, was ist der Schutzzweck hier vom Immaterialgüterrecht und würden wir diesem Schutzzweck widersprechen, wenn wir jetzt noch den 4 Nummer 3 UWG anwenden. Okay, das war es dann von dem heutigen Video. Das war sehr viel, sehr kompliziert. Ich hoffe, das ist klar geworden. Bei Fragen oder Fragen, Kommentare könnt ihr mir natürlich unten wieder da lassen. Ihr könnt den Kanal wie immer gerne abonnieren und ihr könnt natürlich auch ein Like da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.